Ein Dürüm mit Tomatensauce, das gibt es bei Öncü Döner. Diese Restaurantkette ist aus der Türkei, sie haben insgesamt 151 Filialen und eine hat unlängst in Wien eröffnet. Diese spezielle Art ein Dürüm zuzubereiten kommt aus Antakya, der südlichsten Provinz in der Türkei. In das Lavasbrot kommen Pommes, eingelegte Gurken, eine geheime Soße plus eine Tomatensauce. Das Ganze wird dann nochmal angegrillt. Die Tomatensauce ist richtig geil gewürzt und gibt dem Hühnerdöner den richtigen Kick. Wer die Schnauze voll hat von klassischem Döner, mal was Neues ausprobieren möchte, sollte Öncü besuchen. Ein Dürüm kostet 5,50 Euro, das Menü mit Getränk und Pommes kommt auf 8,50 Euro.